Neue Rückwand. Jawoll! Wie viele Nebelmaschinen hat der denn? 20? Juhu! So, der Wolf, dann packen wir es an hier und willkommen an Bord. Wir drehen euch locker. Hallo! Los! Und los! Ich glaube nicht. Oh, da ist der Hamburger Hafen. Die sind ja noch lange nicht oben. Guck mal, jetzt haben wir die Höhe vom Starflyer. Was ist jetzt die Elbphilharmonie? Da ist die Elbphilharmonie. König der Löwen. Guck mal, ich sehe den Rasen. Ne, da kommt noch so 20 Meter. Wir müssen ins Mediatur und dann ankommen. Bisschen ins Mediatur? Ja. Ja, war nett. Oh ja. Aber der hält erst an, glaube ich. Guck mal, dass wir Eis fahren. Wir sind diesen hier gefahren. Wir sind diesen hier gefahren. Robert Rasch dreht auf. Der ist hier in dem Weg. Ja. Der ist hier in dem Weg. Aber der kippe. Und dann fêteln sie zu. Ja, ja. ja dann ich weiß nicht ich habe mich in der halle habe ich mich auch ultra erschreckt aber der ausblick ist gut wir haben eine gute rückgondel hier ja dann ja